jo leute was geht ab heute werde ich mit euch mal hädel spielen ich kenne hätte schon seit ist der abnott ist aber ich habe es irgendwie doch nie richtig gespielt jetzt starten wir gleich ins game ich bin mega cool ich habe es angefangen auf einem tablet schon mal zu spielen ich bin das spiel mega geht es mal ab ernten und ich will mit euch gerne richtig zu helfen und die ganze woche wird das auch kommen die woche es wird man hätte wir müssen wir was anbauen wir wollen so richtig coole kleine farm machen so richtig schöne farm bauen ja ich weiß es waren für sich alles deklarieren ich bin erst jetzt laden wir uns ein paar freundliche der fjahre schon 30 okay wir können jetzt erstmal hühner kaufen ja ich weiß dass man die filter muss sollte man ist erst mal die hühnerin und jetzt füttern wir die hühner nicht mehr alle so moin aber man kann jetzt bestätigen die hier ist ja mega neust jedenfalls oha mega geil ok ja ich weiß ich weiß habe ich ja gemacht habe ich ja gemacht ja leute neues level level aufstieg du bist jetzt ein zweit level farmer ja es würde ich sagen ganz nah ist dass wir erst mal das level haben das ist jetzt die frage ich nenne meine farbe einfach mal scheiße jetzt bin ich hier weg und meine farbe einfach mal gar was kommt jetzt hier ich habe meine farbe einfach mal garten bursch das kann man für die farbe einfach mal ab level 7 ok ich glaube ich habe sie mega gut oder die spieler 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 was wollen die denn und erstmal hühnerfutter ne wir gehen mal bei ach wir können auch ein bisschen anbauen das macht man natürlich gern ne das macht was für die farbe auch drauf das macht mir viel auf die farbe nicht mehr ich sehe die farbe nicht mehr die farbe normal ich kann ich kann Gartenbosch, habe ich das schon vorher eingegeben. Gartenbosch. Gartenbosch. Farm, ja nicht mehr eine Farm. Hallo, was wollen die denn alle hier von mir machen? Brotbacken, okay. Ja. Okay, jetzt wird gezeigt, wie man Brot backen muss. Okay. Wir backen erstmal Brot. Guck mal, dass ich meine Sachen mit dem Brot. Ich habe vier Level gehabt. Ja. Jetzt wird zu schlau, was wir wollen. Aber, Leute. Schauen wir mal drücken, so. Neues Level. Ja, nice. Ach, jetzt kriegen wir so ein Auto. Ist ja mega geil. Jetzt sehen wir mal so ein Auto, Leute. Das ist schon neust. Ich bin hier noch wahrscheinlich wichtig. Ich bin hier auf Level 5. Oh. Nein, ist das lieb. Ich gehe nochmal bei Greg rein in seine Fragen. Der hat dann auch mal was für uns. Toll, die Boulder. Der hat ja mega viel für uns. Oh, wir haben schon wieder was, Leute. Oh, wir haben schon wieder was, Leute. Noch mal eine. Ja. 22. So, und. Aber ich glaube, wir sind richtig gut in dem Game. Schon mit drin. Ich brauche das mal ein bisschen so an und dann bauen wir noch ein bisschen hiervon an. Ja. Kann man eigentlich noch andere Sachen anbauen? Hoor wir dann nochmal Weizen an. Das ist ja kein. Okay, auch mal die jetzt von uns. Und guck mal. Oh, Leute. Level 5. Oha. Ey, Junge. So. Ja. Das ist natürlich geil. Alter, Junge. Warte, bis die Verwagen. Alter, wir haben nochmal was. Okay. Wollen wir ab, dass wir einen haben. Dass wir eine Weizen immer haben. Unkläbewand, Junge. Ist gut, Leute. Jetzt fragst du mir mal die Kommentare. Komm, ich danke. So gerne. Ja. 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 Das ist halt lustig. Wreck heißt er doch, oder? Okay. Noch mal anbauen, Junge. Jungen, Junge. Jetzt sind wir mega viele Farben. Ja, die Farben hat. Wirklich gut. Wirklich gut in dieser Farbe hier. Hallo, ich bin direkt. Okay. Ja, nice. Das bin ich jetzt nicht, aber wir müssen. Weizen. So, Leute. Das können wir jetzt noch mal für eine Woche. Oha. Einmal noch hier erstmal nochmal Weizen anbauen. Leider. Okay. Dann machen wir auch erstmal Futter. Dann kann man eigentlich Futter machen. Wir brauchen erstmal eine Menge anbauen. So, oder so. Ich brauche mir eine ganze Menge an von den ganzen. Okay. Ach, wir haben kein Weizen mehr. Bitte. Dann gehen wir nochmal direkt rein in diese Farben. Dann hat er ja noch was für uns. So. Oha. Der gute Zeug. Da geht das auch nochmal mit allen Futter schön ein. Skit. Ja. Ich weiß es gar nicht. So. Dann können wir das schon mal gleich einsehen. So. Dann können wir das schon mal gleich einsehen. Geh mal. Guck mal. Die fallen mir nicht ein bisschen an. Okay. Dann sind Sachen sogar so wechseln. Sieht ihr? Moin. Acht, guckt man da. Ein hopp. Na gut. Eint. Ich glaub das ist ja ein Schleppel glaube ich gleich geschafft, oder? So. hier haben wir sogar dass wir sogar kühlschirm haben jetzt mal das teil wieso sie können immer noch mal umstellen ich muss aber noch ein paar alles ist schön versorgt hier haben wir auch dass wir werben machen können wir müssen auch wenn man hier sehen großen bauern Ich hab das noch mal ein wenig, das ist schon auch noch mal. Okay. Die Farm sieht wirklich nice aus. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich nicht mehr so lange drücke, weil ich glaube was ist es noch viel. Was? So. zusammen über Jetzt können wir es wieder neu anbauen. 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 Jetzt können wir es wieder neu anbauen.